Hier sind die Trems, die Trems aus der Palz, vollsteht das Wasser immer bis zum Hals. Hier sind die Trems, die Trems aus der Palz, vollsteht das Wasser, vollsteht das Wasser, vollsteht das Wasser. Das Wetter wird besser, nicht? Was ist los? Oh oh, hast du eine Muffe? Nein, das nicht. Aber hast du das Pfeifen, oder? Nein, das auch nicht, die Beinen. Schön, oder? Das zählt nur 4 Treppen, die sind 126 Treppen. Das sind aber 164. Hast du gesehen? Nein, ich stand unten. Wo habe ich die da? Was machen wir? Filter bauen wir. Ja, ich bin noch da am Würfeln. Was macht die da? Oh nein. Kein Problem gehört, du musst nichts fotografieren, weil der Tourist gibt sein Schirmchen nicht. Ich habe vorhin gelacht, die Wäderfahrer haben mich gefragt, was macht die da? Ja, sag ich, Sonnenuntergang fotografiert, aber ja, man sieht's. Ja, man sieht's. Na, Chef? Was hast du denn Objekte? Ja. Wo sind wir jetzt rausgekommen? Von welchem Weg? Andererseits sind wir rausgekommen. Nein, nein, andererseits. Der ist aber noch von meiner Top-Kamera. Ja, der hat nur 20. Das ist jetzt braunartig. Wenn wir eine halbe Stunde warten, ist das gut. So, ich muss hier untergehen. Ich denke es hier. Ja, rein. Boah! So, ich war da. Der schiefste. Unge kommt noch nicht. Aber ich darf ihn noch mal. Ernst, so Line. Wie ist es? Selbstmacht Knöw Was? No. Naja, so will ich auch tun immer bene. Ja. Hallo. War mit Haus. Wissen! Wow! Wissen! Wissen! ... Ander, äh, äh, was heißt ich bei Calvin? Bier, Bier. Was heißt ich bei Calvin? Bier, Bier. Martin, was heißt ich bei Belästungszeilen? Geil! Ja, und ich habe 50 Ländenstufe 2 und so 500. Weil ich den Wind nicht unter 50. runter wollte, ja? Weil je länger spiele ich, desto windanfälliger wird es. Ey, guck wo du denn? Das sieht doch schlecht. Und so 100, was? Ach ja. Also 400. Ich kann dich doch kein Löffel. Ja, guck wo du denn? Ist ja dann ein Fisch. Ja. 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 Ja, ja. 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 Das ist echt krass. Boeg, ich bin. Ja. So. 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 Oh je. Oh je. Okay. So. 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 Das ist ein Terrorist, diese Nachricht, das ist Seria. Rauch! Er wollte umnehmen, er wollte umnehmen. Er wollte umnehmen, er wollte noch einen Kaffee holen. Ich denke, wir waren nicht früher. Aber wenn es so lange war, dann macht es nie mehr. Macht es nie mehr, das bringt es. Vor allem ist es ausregend. Wie zahlst du jetzt zwei Kaffee? Also für mich persönlich. Also Sie zahlen einen Kaffee und einen Kaffee? Für ihn und einen für mich. Ja, das stimmt. Für mich. Und für ihn bezahle ich einen Kaffee und einen Kaffee. Ja. Hat er auch einen Kaffee? 29. Das kann man ja nicht essen. Also wenn du jetzt... Jetzt darfst du mich aber hängen. Wenn du jetzt einen Kaffee mit Schnaps getrunken hättest, dann kannst du den Schnaps bezahlen. Aber zwei Kaffee nicht. Zwei Kaffee das liegt nicht drin. Echt? Nein. Das geht nicht. Du hast auch einen gekauft. Du hast auch einen gekauft. Du hast einen gekauft. Das könnte mir nicht so was. Also so was. Also so was. Ich habe nicht geschoben, habe ich bezahlt. Echt? Ja. Einen Kaffee bezahlen. Ja, einen Kaffee bezahlen. Nein, du musst nur noch einen Kaffee bezahlen. Nein, du musst nur noch einen Kaffee bezahlen.